So, wir sind hier in Hamd. Scheiß Wetter. Es hagelt nicht. Es hagelt! Hör mal deine Fresse, das ist doch kein Hagel, man. Normal. Was glaubst du? Ein Grund, oder? Dass du Regen so übertreibst? Ein Grund. Was glaubst du? 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 Das war's für heute. Ja? Ja? Das ist so gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.